Dauert natürlich auch lange, so ein Raketenteil zu produzieren, ne? Ja, der Melitermann. Oder der komische Typ, der für Nescafé war, ne? Hier, ich habe doch gar kein Auto. Aber mies, ich habe doch gar kein Auto. Kommen Sie erstmal rein, trinken Sie einen Kaffee mit mir. Das sollte man nochmal machen, will ich mit so einem Bauarbeiter. Kommt einfach rein, beziehungsweise klopft und dann können Sie Ihren Wagen wegstellen. Ey, geiles Gestell hast du. Ja, komm erstmal rein. Ich habe gerade meine Melitermaschine angeschmissen. Dann trinken wir mal einen Kaffee zusammen, Mäuschen. Willst du eine lecke Currywurst? Habe ich auch gemacht. Nur für dich. Meine Übersagerin hat mir gesagt, dass heute sowas passiert. Du und ich. Gemeinsam. Auf dem Futon-Teppich. Ha! Wo bist du denn hin? Spürst du nicht die Liebe? Schätzelein. Was habt ihr gegen Futon-Teppich? Ach, scheiße. Genau, vertauscht. Ich muss jetzt mal aufhören. Ich höre Laser. Ich kann mir meinen Laser bei der Arbeit suchen. So, jetzt haben wir schon mal Raketentreibstoff hier. Jetzt brauchen wir noch die Raketensteuergeräte und das wird jetzt ein bisschen doof, weil wir brauchen das Geschwindigkeitsmodul 1 und meine Produktion von roten Scheidkraden ist einfach viel zu schlecht. Dafür brauchen wir zwei Kunststoff, vier Kupferkabel, aber ich werde die jetzt nicht da verbessern, wir machen separat eine extra Produktion. Dann beliefere ich die einfach mit allem, was sie brauchen. Wir haben ja mehr als genug Logistik drohen, deshalb, warum nicht? Wir sollten vielleicht nur einen weiteren, äh, Moment, das wollte ich nicht da drin machen, das wollte ich hier drin machen, einen weiteren Hangar in der Nähe bauen, damit sie sich daran direkt aufladen können. Mh... Naja, du bist falsch. Machen wir jetzt anders. So. Aber vor allem, dass ich mir jetzt die ganze Zeit auf die Eier gehen muss. Ähm... 16, 24, wäre mal 3, ne? Dann können wir hier 12 machen und hier auch 12. 12. Verdammt. Falsche Taste. So. Lauft mal. Äh, lauft mal, sag ich schon. Holt mal das ganze Zeug jetzt hierher, ja? Mach ich gerade. Aber danke für den Tipp, Magic Ken. Der hat nämlich gerade gemeint, du kannst auch Anforderungskisten kopieren. Und hab jetzt eben gemacht... So, jetzt sollten die aber gerade nicht im Bereich sein. Doch, die sind im... Ne, die sind nämlich nicht im Lieferbereich. Gut, da ich nämlich schon die, den nächsten Drohnenhanger gebaut hab. Ich will sie jetzt aber vom... Ach ne, auf dem Band jetzt übrigens auch Blödsinn. Ich knall dir einfach direkt in passive Anforderungen. Wir haben genug Drohnen. Die machen das alles schon. So. Jetzt versuchst du mir natürlich die 100 Roten zuzuspielen, die mir fehlen, ne? Multipass! Grüne müssten wir genug von oben ziehen können. Da haben wir ja eine gesonderte Produktion von denen. Vielen Dank. So, bringt der noch Grüne? Da kommen Grüne. Da wird der Erste produziert. Ha! Lass mich raten, die Kupferkabelkiste ist leer links. Das hat damit zu tun, ich habe nämlich, glaube ich, keinen neuen Greifarm gebaut, der die Kupferkabel abgreift. Die wurden immer hier aus der Kiste geholt und die ist leer. Ja. Ein Traum wird wahr. Aber scheiß drauf, die Überproduktion, was ich da unten drin habe. So, noch nicht. Wir lassen ihn mal eben hier leer laufen. Ich zweig mir jetzt hier noch ein bisschen was ab an Platten. Und dann kommen die in Anforderungskisten. Die Rakete fliegt hier auf einen neuen Planeten. Und da werde ich dann geklont, hingeklont. Und dann muss ich da alles nochmal von vorne machen. Multipass. So, du bist total geil auf Kupferdrähte. Passive Angebotskisten brauchen wir noch zwei mehr. Man bräuchte eigentlich noch schnellere Greifer. So. So, ich beschränke sie ein bisschen. Ich weiß nicht, wie schnell die Dinger wegkriegen. Auf jeden Fall werden jetzt ein paar Logistikroboter eine ganze Menge mehr zu tun haben. Du bist eine Anlage, die nichts produziert. Dann habe ich das irgendwann deaktiviert wahrscheinlich, ne? Weil ich genug Petroleum habe, ja. Und der sollte nicht noch mehr von dem Leichtöl verbrauchen. Moment, nein. Weg, weg, weg. Hey, wo bringt es mein Ding hin? Der bringt das Level 1 Modul weg. Auch für die Produktion von den dämlichen Drohnen hier. Drehe ich mal genau um. Der soll meine Geschwindigkeitsmodule dafür nicht verschwenden. Vor allem, wir haben bestimmt schon... Da ist eine Zerstörerkapsel drin. Da hat der gerade erst angefangen, wie er welche zu produzieren. Aber ich habe 100 Stück im Inventar. Solltest du dein Kupfererz nicht wieder anschließen? Äh... Boah, ich glaube, das wäre ein guter Plan. Also es tut dir jetzt gerade nicht weh hier. Weil es kommt ja auch noch der Zug mit Kupfer. Kannst du das? Also es tut dir jetzt auch noch der Weg. Oah, ich glaube, das war er. Von der Weise, wir müssen noch da sein. Was wäre es labe? Das ist es so? Da war er. Oh, ich glaube, das war. Ich glaube, es war das für uns, wenn du da bist. Ich glaube, es war's für uns. Was war es so? Ich glaube, es war es so? Ich glaube, das war's für mich. Säge ich euch, das war es so? Und dir- Was war es chaos, war es für uns? Und ich würde mal also wieder auf einmal das Ganze? Und ich war es auch... so mal gucken ob wir das jetzt noch hier geklaut wird die produktion muss noch schneller sein und wir müssen öl erschließen darum haben wir ein bisschen öl da ist ein bisschen öl da oben ist noch eine eine position für öl und was alles schon erschlossen aber auch die da vorne erschlossen meine doofen tanks sind einfach mal leer ja die haben wir alle genommen jeder oben auch die produzieren auch mit 0,1 aber es natürlich jetzt nicht mehr das maximum insgesamt gibt es jetzt keine die am laserturm zerstört auf der anderen seite es gibt eigentlich kein öl feld direkt in der nähe das ist jetzt gerade echt doof falsche kiste aus die drohnen der anderen gesammelt moment ich habe die kids doch umgedreht ich habe die kids ach so da habe ich die drohnen gesammelt stimmt nur weil ich den hier umgedreht habe war die eine hier drin dann lasst uns einfach mal hier rein ah hilfe guck 55 sind drin 54 plötzlich ach so weil ich eine wieder aufgefüllt bekommen abschuldigung ich habe die drohnen einfach gestartet jetzt baue die doofen dinge einfach naja kampf drohen tut so was wenn ihr was könnt aber So, das wäre das maximale Tempo, was ich haben kann in den Dingern. Äh, 48, 24. Wir müssen mehr auf jedes Mal hier rüberbringen. So, sind die nämlich immer leer. Oh, ich sollte vielleicht noch höher gehen. So, Einsergeschwindigkeitsmodule. Ach komm, wir schließen eben da oben das kleine Stück. Aufgesaugt. Aufgesaugt. Das Beste ist, jetzt fehlen mir neue Mauerstücke bestimmt. Äh, dit, 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 dit. So, damit haben wir erstmal den Drohnhangar. Äh, ähm, bom, 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 bom. Liefert mir mal bitte Mauern an. Nicht 500, aber 200 wären nicht schlecht. So. Und ein paar Lasertürme. Ihh, Gegner, geht weg. Piu, 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 piu. Na, hier musste ich hin. Jetzt kriege ich auch was geliefert. Da waren die Mauerstücke. Bis dann, Stray Dog. Mauer ab nach Norden aufbauen. Äh, wir haben noch die Blaupause, die wir am Anfang aber benutzt haben. Geht weg. Peek. Peek. die brauche ich auch alle nicht mehr warum starten eigentlich nur so wenig bau drinnen bei mir ich habe da über 50 bei mir im inventar ach so ich kann eine gewisse anzahl von begleitroboter die dann rausgehen so war schon mal die anderen strommäste du hast 100 im inventar dahin sind schon haufen freunde so viel arbeit für ein öl der stream geht noch ein bisschen bis ich keine lust mehr habe ist das nicht wir haben keine stein mauer mehr da kommen die stein mauern aber warum baut ihr die nicht selbst auf ihr seid doch im baubereich mit dem hangar hier oben hat er keinen saft doch saft hat er auch ach der ist mit keinem anderen hangar verbunden deshalb ich habe ein bisschen übereifrig den gesetzt ich habe nicht darauf geachtet dass der mit einem anderen hangar verbunden ist das ist